Der kleine Tanzbär und seine wilden Freunde erfinden den Weltwald-Tango-Tanz. Ein Hörspiel als Gute-Nacht-Geschichte für Kinder. In einem dichten, grünen Wald lebte ein kleiner Tanzbär namens Bruno. Bruno war nicht wie die anderen Bären, die den ganzen Tag dösten oder Honig suchten. Bruno liebte es zu tanzen. Er drehte sich im Kreis, hüpfte auf einem Bein und schwang seine Pfoten in der Luft. Doch er tanzte immer alleine und das machte ihn ein bisschen traurig. Eines Tages beschloss Bruno, seine Freunde zum Tanzen einzuladen. Zuerst ging er zu seiner Freundin, der flinken Eichhörnchenschwester namens Nüsse und Haselnuss. Wollt ihr mit mir tanzen? fragte er aufgeregt. Die beiden Eichhörnchen kicherten. Tanzen? Das können wir nicht. Wir können nur auf Bäumen klettern und Nüsse sammeln, sagten sie. Aber das ist doch langweilig, rief Bruno. Stellt euch vor, wir springen von Baum zu Baum wie kleine Affen. Nüsse und Haselnuss überlegten einen Moment und dann nickten sie begeistert. Als nächstes suchte Bruno seinen Freund, den schlauen Fuchs namens Rotpelz, auf. Rotpelz, komm mit zum Tanzen, rief er. Rotpelz schaute ihn verschmitzt an. Tanzen? Das ist doch etwas für kleine Vögel. Ich bin ein Fuchs. Ich schleiche durch den Wald und suche nach Beute. Aber du kannst doch auch hüpfen und springen wie ein kleines Känguru, schlug Bruno vor. Rotpelz grinst. Na gut, nur für dich, Bruno. So mag ten sich die Dre freund auf den Weg zu einer großen Ligtang im Wald. Dort begannen sie, ihren eigenen Tanz auszudenken. Bruno zeigte ihnen, wie man sich dreht und hüpft, Nüsse und Haselnuss kletterten auf einen Baumstamm und sprangen herunter. Und Rotpelz schlich um die Bäume herum und sprang plötzlich hervor. Als sie fertig waren, hatten sie einen ganz besonderen Tanz kreiert. Sie drehten sich im Kreis, hüpften wie Kängurus, kletterten wie Affen und schlichen wie Füchse. Es war der lustigste Tanz, den sie je gesehen hatten. Bald kamen auch ihre anderen Freunde, der stolze Pfau-Federkleid, das kleine Reh-Bambi und der alte Eulenweise dazu. Sie alle waren begeistert von Brunos Tanz und wollten auch mitmachen. Gemeinsam tanzten sie den ganzen Tag und hatten riesigen Spaß. Von da an tanzten Bruno und seine Freunde jeden Tag zusammen. Sie erfanden immer neue Tänze und luden alle Tiere im Wald ein. Der Wald war voller fröhlicher Musik und tanzender Tiere. Und Bruno war der glücklichste Bär der Welt. Der Sommer wendete sich seinem Ende zu, und die Blätter der Bäume färbten sich in warmen Herbsttönen. Bruno und seine Freunde hatten ihren Sommertanz so oft getanzt, dass sie ihn im Schlaf konnten. Sie brauchten eine neue Herausforderung, etwas, das ihren Herzen noch mehr Freude bereitete. Eines Tages, als Bruno durch den Wald streifte, hörte er eine seltsame Melodie. Es klang nach trauriger Musik, aber auch nach Leidenschaft und Freude. Er folgte dem Klang und fand einen alten, weisen Waldkauz auf einem Ast sitzen. Der Kauz erzählte Bruno von einem Tanz, den er einmal in einer fernen Stadt gesehen hatte, dem Tango Argentino. Der Tango ist ein Tanz der Liebe und der Sehnsucht, sagte der Kauz. Er erzählt Geschichten von Leidenschaft und Trennung, von Freude und Schmerz. Bruno war fasziniert. Er stellte sich vor, wie er mit Nüsse und Haselnuss einen Tango tanzen würde oder mit Rotpelz eine wilde Verfolgungsjagd auf der Tanzfläche inszenieren könnte. Er beschloss, den Tango in den Wald zu bringen. Zurück bei seinen Freunden beschrieb Bruno den Tango so gut er konnte. Sie waren alle begeistert von der Vorstellung, einen so leidenschaftlichen Tanz zu lernen. Gemeinsam begannen sie, die ersten Schritte zu üben. Es war nicht einfach, ihre großen und kleinen Körper so zu koordinieren, wie es der Tango verlangte. Aber mit viel Übung und Geduld gelang es ihnen schließlich. Sie entwickelten ihren eigenen Waldtango, der Elemente des klassischen Tangos mit den Bewegungen der Waldtiere verbannt. Bruno und Nüsse tanzten einen eleganten Walzer, während Rotpelz und Haselnuss eine wilde Verfolgungsjagd inszenierten. Federkleid präsentierte einen stolzen Tango, bei dem er seine bunten Federn wie einen Fächer öffnete, und Bambi tanzte einen zarten und grazilen Walzer. Als ihr Tanz fertig war, luden sie alle Tiere des Waldes ein, um ihnen ihren Waldtango zu zeigen. Die Tiere waren begeistert. Sie hatten noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Bald tanzten alle mit. Eichhörnchen, Vögel, Füchse, Rehe, sogar die alten Eulen wagten sich auf die Tanzfläche. Der Waldtango wurde schnell zum neuen Trend im Wald. Die Tiere tanzten ihn bei Festen, Feiern und einfach so, aus Freude am Tanzen. Bruno und seine Freunde waren stolz darauf, etwas so Besonderes geschaffen zu haben. Und so tanzten sie weiter, Sommer für Sommer, Jahr für Jahr. Der Waldtango wurde zu einem Symbol für die Freundschaft und die Einheit aller Tiere im Wald. Und Bruno, der kleine Tanzbär, wurde zum berühmtesten Tänzer des Waldes. Die Nachricht vom Waldtango verbreitete sich weit über die Grenzen des Waldes hinaus. Vögel, die auf ihren Reisen weite Strecken zurücklegten, erzählten von den tanzenden Tieren. Und der Wind trug die Melodien des Waldtangos in ferne Länder. Eines Tages landete ein kleiner, bunter Kolibri vor Bruno. Ich komme aus einem fernen Land, wo die Menschen von deiner Musik und deinem Tanz gehört haben, zwitscherte er. Sie möchten dich und deine Freunde gerne kennenlernen. Bruno und seine Freunde waren begeistert. Sie packten ihre Tanzschuhe und machten sich auf den Weg, um die Welt zu bereisen. Sie tanzten auf bunten Märkten in fremden Ländern, in großen Städten und kleinen Dörfern. Überall, wo sie hinkamen, wurden sie mit offenen Armen empfangen. In einer großen Stadt lernten sie eine Gruppe von Menschen kennen, die ebenfalls gerne tanzten. Zusammen entwickelten sie neue Tanzschritte und kreierten einen ganz neuen Stil, den Weltwaldtango. Dieser Tanz vereinte die Eleganz des klassischen Tangos, die wilde Energie des Waldtangos und die Vielfalt der Kulturen auf der ganzen Welt. Der Weltwaldtango wurde zu einem weltweiten Phänomen. Menschen aller Altersgruppen und aus allen Ländern tanzten ihn. Es gab sogar große Wettkämpfe, bei denen Tänzer aus der ganzen Welt gegeneinander antraten. Bruno und seine Freunde wurden zu berühmten Tänzern. Sie reisten um die Welt, gaben Tanzstunden und inspirierten Millionen von Menschen. Aber egal, wo sie waren, ihr Herz gehörte immer dem Wald. Nach vielen Jahren der Reisen kehrten Bruno und seine Freunde in ihren geliebten Wald zurück. Sie waren älter geworden, aber ihre Leidenschaft für den Tanz hatte nicht nachgelassen. Als sie die vertraute Lichtung betraten, auf der alles begonnen hatte, fühlten sie sich wie zu Hause. Sie tanzten den ganzen Tag und die ganze Nacht. Der Wald hallte von ihrer Musik und ihren fröhlichen Rufen wieder. Und als die Sonne am nächsten Morgen aufging, tanzten sie noch immer. In diesem Moment realisierten sie, dass der Waldtango mehr war als nur ein Tanz. Er war ein Symbol für Freundschaft, Zusammenhalt und die Freude am Leben. Und solange es Tiere und Menschen gab, die gerne tanzten, würde der Waldtango weiterleben. Und so tanzten sie weiter bis in alle Ewigkeit. Ende Du findest diese Geschichte interessant, dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch Klick oder ein Teilen des Videos. Schau dir den Kanal an und abonniere den Geschichtenboot.